hallo hier ist user paul mit dem thema r hilfe am anfang wird er gestartet durch die eingabe groß r und eingabetaste der einfachste weg um schnell zu einer funktionsbeschreibung zu kommen die vielleicht helfen kann ist über das fragezeichen am anfang vor einer funktion so könnte man zum beispiel eingeben fragezeichen license wenn man mehr über die funktion license erfahren möchte die anzeige kann man auch wieder beenden mit dem coup durch help erreicht man das gleiche man gibt ein help in klammern und dann die funktion auch wieder zum beispiel license hier und wieder beenden mit eingabe coup apropos sucht speziell nach bestimmten zeichenketten man gibt ein zum beispiel apropos und dann in klammern zum beispiel wenn man nach plot suchen möchte mittels help punkt start help punkt start klammer auf klammer zu wird in einem web browser eine seite geöffnet mit mehreren links zu er anleitung und dokumentation und am ende doch mittels der funktionen er seit search dann auch wieder in klammern suchbegriff wird in webseiten über er nach einem bestimmten begriff gesucht den man angegeben hat zum beispiel auch wieder plot das war user paul von oben screencast und viel glück aus trouvé aber die